Servus hier Zahnlöckenpfeifer, herzlich willkommen zu meinem Kanal und herzlich willkommen zu meiner Präsentation der neuen Lackierung und zwar sie nennt sich Einsatzmuster. Ist heute frisch in den Shop reinkommen und kostet 300 V-Bucks. Ich präsentiere euch die Lackierung auf den verschiedensten Fahrzeugen und Waffen, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, ob diese Lackierung etwas für euch wäre oder nicht. Somit braucht ihr sie nicht kaufen und letzten Endes dann den Kauf bereuen. Ich übernehme das für euch. Auf meinem Kanal Null Probleme präsentiere ich euch nicht nur die Lackierungen auf allen möglichen Fahrzeugen, sondern ich präsentiere euch alle neuen Skins in einem kurzen Gameplay Video aus allen möglichen Perspektiven und Winkeln. Somit könnt ihr euch dann auch einen Eindruck verschaffen, ob diese Skins etwas für euch wäre oder nicht und braucht nicht umsonst Geld ausgeben. Spart es euch, schaut euch meine Videos an. Okay, ich lasse euch das Video jetzt einfach mal laufen, wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr es euch vorstellen könnt, in Zukunft noch mehr Videos um mir zu schauen, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke und ihr verpasst nichts mehr. Okay, Freunde, ich wünsche euch was, haut rein, habt einen geilen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.